Conny war eigentlich eine Seele von Mensch. Wäre da nicht der Alkohol gewesen. Er trank. Jeden Tag viel zu viel. Das war auch der Grund, warum seine Frau ihn aus der Wohnung geschmissen hatte. Jetzt hatte er nur noch seinen Hund. Conny war mein Nachbar während meiner Ausbildungszeit zum Sozialarbeiter. Morgens führte Conny seinen Hund aus und abends brachte der Hund Conny wieder zurück nach Hause. Denn Conny begann morgens zu saufen und ab Mittag hatte er keine Orientierung mehr. In seinem vernebelten Kopf wusste er nur noch eins. Immer dem Hund hinterher. Denn irgendwann ist er müde und läuft nach Hause. So gehörten beide zum Stadtbild im rechtsrheinischen Köln. Der Hund und dahinter besoffen und torkelnd Conny. Aber jeden Abend fand Conny dank seiner Hund den Weg nach Hause. Wem laufe ich eigentlich in meinem Leben hinterher? Auf wen vertraue ich, so dass ich ihm auf den Fersen bleibe, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wer bringt mich nach Hause am Ende an mein Lebensziel? Diese Fragen habe ich mir immer unwillkürlich gestellt, wenn ich Conny beobachtete. Und die Antwort, die ich in meinem Leben gefunden habe, lautet Jesus. Ich laufe in meinem Leben Jesus hinterher, weil der es gut mit mir meint und weil er den Weg weiß. Und wenn ich mal orientierungslos durch meinen Alltag tappe, wenn mein Glaube völlig vernebelt ist, dann mache ich es wie Conny. Bloß nicht Jesus aus dem Blick verlieren. Immer wieder den Blick ins Evangelium werfen und mich fragen, Jesus, was würdest du machen? Wo führst du mich hin? Übrigens, du bist auch in diese Nachfolge Jesu eingeladen. Im Nachtgebet heute bete ich für alle, die nach Orientierung suchen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.